Reiterrei! Bleib dran! Bleib dran! Bleib dran! Bleib dran! Bleib dran! Wir müssen den Konvoi kriegen! Konvoi, auch ein guter Film. Das ist geil! Ein Justin Bieber Shopping-Dress. Ja, muss man auch. Ich finde, diese Sequenz hier sieht awesome aus. Ich habe es das erste Mal, ich weiß, dass es natürlich ein Spiel ist, aber ich fand das sah fast fotorealistisch aus. Ich habe es nur in der ersten Folge angekündigt. Hier, finde ich, wollte ich nochmal aufgreifen. Drinnen rein. Ich habe voll die blauen Filmen an der Seite. Letztens waren wir feiern und dann fanden wir es irgendwie cool, danach Krieg zu spielen und auf den Straßen vom Citypick einfach mal uns rumzurollen und so zu tun, als wenn wir mit Büschen schießen können. Das klingt voll retardig. Ja, das ist ein blauer Fleck. Boah, ich habe jetzt was aufgenommen. Das ist ja so göttlich. Du wirst voll retardig. Ja. Never go full retardig. Das hat uns so geil ausgesehen, weil wir uns so schlecht hin und her gerollt haben. Boah, Alter. Bis uns der Besitzer von Citypick gebeten hat, das Gelände zu verlassen. Echt? Der Piper? Das ist ein cooler Typ. Was mag ich denn? Weil wir vor dem Laden rumgerobbt sind und seine Bänke, die wir hatten, als Schutz verwendet haben. Okay, ihr seid natürlich auch ein bisschen dämt. Das war so ultra lustig. Citypick ist fantastisch. Die machen super gutes Essen. Nee. Ich liebe Citypick, man. Echt? Das ist so lecker. So richtig, wenn du so richtig fett gesoffen hast, dann einfach da, ich finde es genial. Dann hast du aber keinen Geschmack. Ich hab da einmal einen Pommes-Döner. Ne, die haben so einen Döner. Die können keinen Döner haben. Döner isst du der auch nicht. Der isst du Pommes, Currywurst und so. Ja, okay, gut. Von mir aus, das mag vielleicht gut sein. Ich habe auch Pommes und Currywurst gegessen. Nur Currywurst ist einfach nicht mein Zeit. Die machen wirklich ziemlich gute Pizze. Die Pizza soll ja auch gut sein. Die habe ich sogar mal gegessen. Die ist sogar okay. Die Pizza ist, die finde ich wirklich gut. Aber die macht richtig gut. Boah. Also den kannst du echt nicht toll kommen. Da kann ich nichts zu sagen. Aber die Pizza, die Pizza finde ich bei Kala Wurst die auch stark. Also Kala Wurst hätte die Institution. Die finde ich grauenvoll. Echt? Die finde ich ist so überbewertet wie... Was? Ja, mir fällt nichts ein. Aber die ist voll überbewertig. Nee. Ich finde die grauenvoll. Dann hast du keine Ahnung. Wieso das denn ? Du hast einfach keine Ahnung. Hä weißt du wieviel Leute die Pizza... Ich habe alle keine Ahnung. Dann ist auch ein drucker� Art. Ich habe Einnahmen. Du musst da drauf schießen, oder? Auf den Pferd, aber ich glaube, du musst deinen Pferd machen. Du musst deinen Pferd machen. Du musst deinen Pferd machen. Nimm lieber die mit. Nimm lieber die andere. Parah! Na, merkst du, wie schwer die Sequenz ist? Und jetzt spiel ich mal auf Hardcore-Modus. Wenn das Glocken nicht reicht, dass du vier abkriegst. Eine meiner absoluten Scumbag-Szenen im Hardcore-Modus. Diese Szene, wer es jemals wagen sollte. Viel Spaß. So ist mein Pferd. Ganz ehrlich. Oh, das gab es auch bei mir eine geile Szene. Da war ich recht weit vorne und hab gedacht, ich hab alles unter Kontrolle. Wollte auf mein Pferd springen und ich bin über mein Pferd drüber gesprungen. Und war tot. Oh mein Gott, ernsthaft? Wie furchtbar deprimieren muss das denn bitte sein? Ja, gerade wenn du im Hardcore-Modus gerade so fünf Wagen vorgekämpft hast. Und du siehst ja, das ist ja super schwer zu treffen hier, weil es die ganze Zeit hoch ist. Aber man muss einfach nochmal sagen, solche Sequenzen, die macht Naughty Dog einfach saumissig. Das war im zweiten Teil, die fand ich ein bisschen besser, mit dem Zug. Wo du auf dem fahrenden Zug. Ja. Es ist halt verdammt schwer. Das ist ein Anspruch. Das ist ein Anspruch. Ja, über mich ich sogar. Ja, die fand ich fantastisch. Also ich finde auch, die Sequenzen sind anspruchsvoll, aber definitiv nicht unschaffbar. Ja. Aber du weißt, dass sie nicht unschaffbar sind. Oh Gott. Die Kacke, ey. Scheiß Dreckspistole. Scheiße. Drinnen rein. Was gibt's aufs Maul, ey? Den ersten kannst du halt so natzen, ohne dass du ihn anschießt. Den ersten kannst du Stealth. Ja. Stealth. Was ist das deutsche Wort für Stealth? Schleichen? Nee. Das passt ja nicht rein. Äh, heimlich. Heimlich? Sneaky. Ist auch wieder ein Aunderschutz. Ja. Ist grad kein anderes eingefahren. Das ist ein Heimlich? Ja, du kannst ihn heimlich töten. Ungesehen. Ja. Verborgen. Ja, irgendwie sowas, oder? Ja, verborgen ist ja so. Stealth klingt so, klingt so. Ich weiß nicht. Genau übersetzt. Stealth. Gucken wir uns doch mal. Das interessiert mich wirklich. Wir kennen die ganz bestimmt, aber... Ja, klar. Aber das ist ja ganz wunderbar. Ich finde es auch furchtbar häufig so schwer, ein Wort eins zu eins zu übersetzen. Ja. Manchmal fällt es mir auch nur auf Englisch ein. Das ist bei mir auch furchtbar oft so. Ich weiß jetzt nicht, aber... A. L. T. H. Ja. Ne, ne. Ich weiß nicht genau, ob ich in der Richtung hab. Achso. Heimlichkeit, List, Schleue. Also Beister. Schleue? Ist das ein Wort? Schleue? Ich weiß nicht, ob Schleue heißen soll. Es ist wohl Schlomen. Heimlich. Heimlichkeit. List und Schleue. Das ist irgendwann schlau. Finde ich, die treffen alle nicht das, was ich mit Stealth ausdrücken will. Und Beistert? Also Adjektiv? Ne. Finde ich gar nicht. Feimlich. Durch List. Verstohlene Weise. Machst doch das ins... Also... Doch. Nein. Das ist nämlich echt nicht. Also wenn ich... Es ist einfach... Das sind die Wörter, die dem... Die dem Sinn vielleicht am nächsten kommen. Aber Stealth an sich, das drückt noch was ganz anderes aus. Das ist einfach so vom Feeling her... Ja. Schon. Also das ist halt geheim irgendwie passiert. Genau. Aber... Ich find halt trotzdem, dass die Wörter dazu passen. Die passen dazu. Aber sie drücken nicht zu 100% aus... Von meinem... Für mein... Für mein Empfinden. Nicht 100% das aus, was man mit Stealth mit dem einen Begriff in einem Wort erklären kann. Und ich kann dir auch sagen warum. Weil das nicht aggressiv genug klingt. Heimlich klingt so... Ja. Ich werde... Ich bin mal... Ich schleiche mich mal heimlich hinter dir... Ja. Stealth klingt direkt so nach... Geheimaktion. Ja. Ich töte dir eine Geheimaktion. Das ist so... Was mit Stealth... Deswegen... Das ist ja auch eine Marke. Ich mein... Das ist ja ein Genre. Ja. Ich mein auch nicht nur in Hinsicht auf Videospiele jetzt. Also grundsätzlich. Ja. Ne. Aber ich mein halt, dass man für... Stealth... Auch ein gewisses Maß an... Was stand da? Äh... List. List und Schleue braucht. Weil... Ja, ja, ja. Jeder Trottel kann einfach irgendwo reinrennen und irgendwas töten oder so. Ja. Aber... Smart Cover ade. Ne, ne. Du hast schon recht. Du hast... Naja. Du wirst was ich gesagt hab. Ich hab's damit gemacht. Wenn du das auf die andere Seite hältst... Geht der Bildschirm auf. Seck. Das ist so geil. Ich hab irgendwann mal zum Schnellfeld gesagt... Du Scheiße. Nein, mein iPad hat sich geschrotet oder so. Ein Tabletro. Hast du das Smart Cover schon mal in den Kühlschrank gepackt? So das lustig zu sein, was man halt machen kann. Dass das halt magnetisch ist, ne. Wenn er jetzt stirbt, ne. Dann... Boah, dann raste ich raus. Fick dich einfach weg, du Scheiße. Ja! Du Nutte, ey. Du... Ure, du... Fick dich... Da mit dem Beweis. Tim hat es gerade in seinen Kühlschrank gepackt. Und es ist das Lustigste, was ich je in meinem Leben gesehen hab. Das ist echt vernünftig lustig. Oh, ja. Nice. Ja, ich habe einen Kühlschrank genommen. Warum? Weil ich awesome bin, das wisst ihr doch. Zack. Das war awesome. Das war awesome. Zack. Das ist geil. So gibt das keinen. Aber gut, dass hier... Dann liegen ja noch ein paar mehr. Ja! Ja! Kletter einfach raus! Ohne dass ich überhaupt... Ja! Fernand zu brennen! Alter! Ja! Ja! Fernand zu brennen! Alter! Ja! Ja! Fernand zu brennen! Ja! 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 Boah, sterb doch einfach! Du, n!! Sterbet! Boah! Der ist ganz schön Schleudecker. Der hat es schon drauf. Den hat uns auch einiges an Schleuer, würde ich sagen. Ja! Der ist ziemlich stealthig! V-seizeig! Ja! Äh, was hat er noch? Ein stealthiger Sith-Lord. Oh, endlich. Sith-Lord. Was muss man sagen, ele... Stealth-... Stealth-R-R-R-Public 2, The Sith Lords of Stealth Monat ist ja Mann Das klingt ja schon wie die Mehrzahl Mann Du musst nämlich sagen Manns Du musst es Manns Also ohne TH Ohne TH aussprechen Hat man mir jedenfalls so beigebracht Manns Das war so ein Oswicher Das war cool Fuß wäre jetzt auch scheiße Pfff Schneidet die Hand so ab und dann wirft er dem die Wand hinterher Wie viele Karawanenteilnehmer gibt es denn da? Keine Ahnung, ich habe voll viele Autos gemütet Just because of No cause I can X Wann hat man eigentlich in Videospielen aufgehört Lebensanzeigen zu verwenden Das ist auch erst in den letzten Ja Ich würde jetzt gerne einfach sagen Wenn ich jetzt so zurück Denke so an Vorher vier, fünf Jahre Ich würde sagen als die Spiele anfingen So wie Filme auszusehen Oder? So vom Vierlinge? Also ich meine viele Spiele heutzutage Die haben auch noch Die haben doch mittlerweile echt Produktion Also richtige Filmproduktionsteams Und sowas da drin Ich hab ja Ich hab da drüber letztens Blizzard Die sind doch selber die Besten Das hat halt ein Cinematic Department Das ist so gut wie Pixar Finde ich sogar besser Das finde ich krass Allein Pixar Die machen nur Filme Auch vom Umsatz her Games reichen mittlerweile auch an Filme einfach dran Auch von den Produktionskosten glaube ich Ja, wollte ich gerade sagen Ja, vollkommen richtig Ja, aber das finde ich gerade das Interessante Gerade in der Das hast du nämlich mal angesprochen Gerade in der Zeit Ja, meint mich Ja, dir doch Dass gerade in der Zeit Wo diese ganzen Apps rauskommen Wo man mit einem Wo ein kleiner Programmierer Ein richtig gutes Spiel machen kann Und damit Millionen verdienen kann Ja Gerade in der Zeit Kommen immer noch so High-Quality Spiele raus Die immer noch richtig viel Geld Äh Fressen Ja Aber trotzdem immer noch viel Geld einspielen Wo man denkt ja normalerweise Ich könnte mir jetzt auch eine App Einfach runterladen Aber für 79 Cent Und hab immer noch ein geiles Game Ja, aber die ist ja trotzdem scheiße Ja gut Die Games sind teilweise für 5 Euro Gibt es Ich kann mir glaube ich Ich weiß nicht welches Spiel Mir fällt gerade keins eins Wenn man sich als App unterladen kann Ja Der Punkt der Sache ist schlichtweg der Warum soll ich aus der Perspektive eines Spieleentwicklers Aber Millionen in ein Spiel investieren Um die Gefahr zu laufen Dass ich das Geld nicht wieder rein kriege Wenn ich genauso gut Ich mich in den Keller hocken kann Und in so einer kleinen App rumfummele Die mit genauso viel Glück Genauso viel Wenn ich sogar mehr Geld einspielen kann Alter Was denn Was denn Also dieses Risiko Das ist einfach im Grunde Aber es ist gut Dass es immer noch Leute machen Ja definitiv Kann man die Reifen zerschießen? Ne ne Kannst du nicht Ja Scheiss Das ist Kommt vielleicht im nächsten Tag Wenn es dann das Element Reifen So richtig dynamisch da ist Gummi Gummi Gibt doch viel mehr Sex in dem Spiel Ohja Rubber und sie Ja nächste Uncharted auf der Playstation 4 Ich freu mich Vermutlich auf der Playstation 4 Würde ich jetzt mal ganz stark anfallen Sonst hätten sie es bestimmt mal angekündigt Glaub ich auch Also ich glaube schon dass sie es eventuell E3 mäßig ankündigt E3 könnte sein Ich bin gespannt E3 vielleicht auch schon Gamescom Glaubst du aber sowas wird auf der Gamescom Ich glaube nicht dass die Gamescom unbedingt das ankündigt Die werden Ich persönlich Weil die Playstation 4 hat ja Wird auf der E3 Geile Titel da auch schon rausbringen Dann haben sie sie ja vorher schon angekündigt Damit die Leute schon gehypt sind Genau Und ja klar Also Uncharted würde ich mich freuen Also ich denke mal wir werden jetzt vielleicht Ich wüsste jetzt nicht mehr was sie jetzt noch Da Also vielleicht so eine Vorgeschichten Nässige Sache wo Drake etwas ist Nirgendwo geklaut Du hast mal angesprochen Man hat es in einer der letzten Folgen Vielleicht vor 4 oder 5 Folgen gehört Vielleicht lädt sein Vater noch Ja 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 genau Dass man da eventuell was mit reinmacht Ja ja Geht alles Was hat für ne Tünnes Ich sag's mal so Bei God of War Wer die Reihe komplett kennt Bis anschließend den dritten Teil Den neuesten Teil haben wir alle noch mitgespielt Dann ähm Muss man sich wirklich nur denken Die haben immer wieder einen Weg gefunden Neue Story reinzubauen Das stimmt Immer wieder Vorgeschichte Immer wieder Vorgeschichte Wenn dies dürfen Aber das ist nicht schlecht Das ist verdammt gut Oh ja Das macht einfach nur Spaß Also ich hab ja Ich hab das Das ist ja eins der Eins der Spiele die ich wirklich liebe Gerade für die Mythologie Oh ja Und äh Ist das einfach weil ich da total drauf bin Die Art und Weise wie eine Figur Einfach mal die ganze Mythologie aus den Fugen bringt Das ist sehr sehr lustig Das ist einfach Wahnsinn Und wie der das macht das einfach Ich töte alle Dome hast du übrigens nebenbei Tipptopp gemacht Wollte ich auch nochmal sagen Ich hab die ganze Zeit auf dem Bildschirm gestartet Ich fand es echt unterhaltsam Ja aber Es ist wie man so einen Film angucken Finde ich sehr schön Du könntest Azura's Wrath angucken Das ist ein geiler Film Das heißt Das heißt Das heißt Auf geht's Leute Wir reiten in Richtung Sonnenuntergang Ja Der sagt Hier Und untertitel Oder Untertitel steht Spricht Arabisch Ist hier Arabisch Ja Ja Ich werde es bis zur nächsten Session Bis zur nächsten Session werde ich es auf jeden Fall rausfinden Das krieg ich raus Schreibst unter deinen Wie viele Männer Masturbieren mit Ja Das habe ich immer noch rausgefunden Weil ich weiß einfach nicht Ich weiß nicht was ich eingeben soll Bei Google Da war ich auch überfordert Als du mir sagst Ja Mit links masturbierende Rechtshänder Krieg das noch raus Das ist ja einer der Anfänger Einfach mal Masturbationsstatistiken Wie war es damit Tschüss Oder handlanger.de oder sowas Klanger.de Oder Do it yourself www.richtiggeilonarnieren.de Wetten die Seite gibt's Ja 100% Die Seite Sex.de gibt's dran Obwohl meine Lieblingsseite Also nur von der Domain her Da ist nix drauf Die Seite Da ist unheimlich viel Wert drin Aber das ist nur so eine Placeholder-Seite Echt? Sex.de? Ich meine ja Sex.goes.mobile. Girls Rocket. AB2 Was? Versaute Girls Da ist eigentlich nicht Das ist ne Werbung Da ist eigentlich nicht wirklich viel drauf Das ist sehr lustig Ja Meine Lieblingsseite Also von der Domain her Einfach Beste Domain Ist immer noch www.schluckwennich.com Was? www.schluckwennich.com Schluckwennich.com 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 Achso Schluckwennich Mein Gott Jetzt ist aber auch hier drin Also was das für ne Seite ist wissen wir nicht Aber der Name ist wirklich lustig Ja Ja Irgendwie haben wir das mal gesagt Ich war noch nie drauf Und damit würde ich sagen Ist auch die Folge jetzt schon vorbei Die Umleitung war Hammer Hammer Man nennt mich auch Meister des Umleiten Ja Nicht nur Meister des Rätsel Rätsel Domme Master of Segways Oder Sneaky Domme Sneaky Domme Deshalb Hade Peng Hade 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 Peng